Hallo und willkommen zurück zu Let's Play! To me, the last revelation. Von Jones, es ist nur Spieltipps. Wir machen einfach 10 Minuten. Ich möchte diesen Pad außerdem nutzen, um ein Ankündigungen zu machen. Resident Evil 5, Let's Play. Mehr sag ich nicht. Bis dann. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich kann mal her. Ist mir das jetzt aufgefallen oder ist mir etwas anderes aufgefallen? Egal. Da hinten müssen wir hin. Davor sollten wir speichern. Ich kann mal her. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Musik leiser ist. Toll. Endlich. Endlich kann ich mich hören. Kann man mich hören. Und meine Mitbewohner haben Musik an. Ehrlich. ... Waddle die... Waddle da. Waddle�... Was finde ich daran an? Ich muss nicht sagen, was ich daran falsch finde, oder? Hier läuft ich. Was für mich war es, oder? Ich habe mich gerade gewundert, was passiert denn jetzt schönes. Ich bin gerade etwas vergesslich geworden. Ich habe vergessen, dass ich die Let's Playa und nicht so spiele. Na egal, ich muss sowieso gleich ausmachen, wie alt meine Freundin dann in Ordnung ist. Ach, das ging jetzt einfach. Äh, Waffenwechsel zu bewehren. Okay. Was ist eigentlich der Unterschied, der Armut, den habe ich nie herausgefunden. Ich weiß nur, dass ich glaube ich irgendwie mehr Schaden mache. Und Münze rein. Wo soll ich da hochkippen? Dann... Ja, müssen wir. Hier gibt es denn das hier. Ein Ding. Ich weiß nicht, was es ist, aber was auch immer es gut ist, es wird mir helfen. Irgendwann. Das wäre nach Zukunft. Wenn ich das hier mache. Auf der anderen Seite. Okay, was ist das? Ein Griff. Ich weiß, dass wir das Ding da drin brauchen. Ich kann einfach mal schenken, ob es eine Tür ist. Wand. 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 Aber vermutlich fand es, sonst wäre sie nicht stehen geblieben. Wand. Das habe ich jetzt gar nicht getestet. Wand. Hey. Da steht benutzen auf meinem Hobby System. Auf meinem Hut oder was? Egal. Sind wahrscheinlich hier gewohnt. wir suchen... ... 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 3 Minuten mach ich noch und... Egal. Freunde sind nicht wichtig. Ich hab's gesagt. Die Griff brauchen wir wahrscheinlich dafür. Blödes Ding. Ach, jährlich. Ich weiß, dass wir den Griff für irgendwas hier in der Nähe brauchen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Das ist schlecht. Da muss ich auch mal wieder sterben. Hmm. Ich hab' jetzt hier noch um abgeklebert, außer die mit den... Oh nee, das kann jetzt nicht sein. Egal, wir gehen einfach weg hier. Vielleicht brauchen wir den Griff doch woanders. Falls ich mich ehre, schreibt es in den Kommentaren. Wenn ihr so nett seid. Ups. Das ist ja größer. Vielleicht brauch ich den Griff hier... Doch nicht hier. Sondern hier. Da oben drauf. Dass das... Dass das Unlogischste ist, was ich kenne. Egal. Krokodil. Krokodil. Hier müsste eigentlich ein Krokodil sein. Entweder werde ich vergesslich... ... oder ich hab welche Erinnerung. ... oder... ... oder das Krokodil kommt später. ... oder das Krokodil war hier. Oh. Boden. So, jetzt... Nee, ich hab noch... ... ein, zwei... ... ich weiß nicht... ... ich kann meinen Obo nicht lesen. Okay. Okay. Ist noch lange da, was jetzt mach ich da oben. So. Machen wir nach den Ladenbalken am Ende. Ich weiß nicht, ob es einen Ladenbalken gibt. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. So. Nach dieser Sequenzpunkt am Ende. Euer Jones 1-1-0 Spieltipps, die Kameraden zu besser schwingen können. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Jones 1-1-0 Spieltipps. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. H기에る. Wuihh. Thanks for watching. Your Jeans110's Battle Tips. Next turn.